Ich kann kein Englisch, vielleicht können Sie das übersetzen. Den Sänger, den Gitarristen der Band haben wir vorhin schon am Mikro als Dichter erlebt. Sie dürfen sich darauf einstellen, es wird lyrisch, es wird zum Genießen. Wir lassen uns sanft hier rausgeleiten. Und jetzt wäre nur noch die Frage an die Band. Seid ihr bereit? Okay, es kann nur noch um Sekunden handeln, dann geht es hier los mit Johnny Hates Rock, so heißt die Band. Sie kommen aus Hanau. Sie haben ja gesagt, früher hießen sie Johnny Hates Jazz. Ich habe aber nicht richtig verstanden, warum die Umbenennung dann nötig war. Es war irgendwie nicht mehr cool, Jazz zu hassen oder irgendwie sowas in der Art. Zweimal zum Publikum, ja. Okay, das war sehr gut. So, wir sagen, wir verraten uns jetzt schon und sagen Dankeschön fürs Kommen. Und jetzt noch viel Spaß, Müll. Johnny Hates Rock. We're waiting. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020